Willkommen zurück zu der Mini-Grebe der Letze Pläne. Das ist, weil ich weiß nicht was für eine Sprache der Akzent war, aber ist mir auch egal. So, dann kommen wir mit Schafeln am Arsch und dann haben wir genug Erde. Können ein bisschen, damit wir ein bisschen hier die Schafe noch ein bisschen versorgen können mit Gras. Und den Farmturm zumindest soweit machen können. Ja, jetzt habe ich genug Erde. So, dass wir den soweit machen können, dass wir zumindest nur noch die Dispenser brauchen. Dazu brauche ich Bögen, dazu brauche ich Spinnen. Oh man, es wird ja noch eine heikle Sache werden damit, bis ich den mal fertig habe. Schwieriger als gedacht. So, ist jetzt noch mal nix gewachsen, schade. Ich habe jetzt Angst, irgendwie... Ich würde sagen, wir machen hier alles zu, oder? Alles mit Erde, dann... Wenn hier mal Erde ist... Können wir auch hier mal... Diesen Teil hier... Dann ist hier Erde und dann können wir hier weitermachen. So, was ist das eigentlich? Das hat doch ja Fischen, sie waren Paul zu lang zum abbauen. So, dann... Die Schafe hier auch glücklich. Wir hier eine glückliche Schafe hier haben. So, ich hoffe, da reicht die Erde für, die wir hier haben. So, und dann tauschen wir das ja auch noch aus, hoffentlich ohne, dass uns wieder Schafe abhauen. So. Ein paar Fackeln setzen wir natürlich auch wieder. Dahin, dahin, dahin. Könnte ich das jetzt eigentlich lassen, ne? Pass auf, das ist jetzt direkt daneben. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Ja, auch noch. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. So, dann können wir das ja eigentlich wieder wegmachen. So, das wächst ja dann hier schon fröhlich vor sich hin. Sobald das dann darüber ist, hat es geschafft. Dann haben wir hier... Was geht hier eigentlich ab mit euch, ne? Was habt ihr eigentlich für ein Problem? So, dann wächst das darüber. Dann haben wir es irgendwann geschafft. Genauso wie mit den, äh, Schweinies. So. Nicht abhauen. Nicht abhauen. So, und dann können wir hier noch... Da ist ein Schwein abgehauen. Dreck. Ich hasse es, wenn mir irgendwelche Tiere abhauen. So. Und ich habe hier noch mehr natürlich. So. Mhm. Dann haben wir hier noch ein bisschen ab. Dann machen wir hier noch schön. Hey, ich habe hier noch Treppen. Und sechs von diesem Gedöns. So. Dann können wir hier noch zwei Treppen bauen. Perfetto. So, dann hauen wir hier noch ein bisschen was auf den Boden. So. Und dann sind die Schweine dann hoffentlich auch zufrieden mit ihrer Erde. Äh, im Sud. Die brauchen ja kein Gras. Ich werde ihnen trotzdem ein bisschen Gras geben. Dann haben sie es schön. Es muss einfach alles schöner werden. Dann können wir gleich hier den Weg rüberziehen. So. Hier dann nur rüber. So. Ich hasse das. Warum... Wie können die denn rauskommen? Zum Kotzen ist es. Das tun wir gerade nicht. Tschüss. Boom. Schaut. Ja, jetzt versuchst du wegzureden, hä? Tschüss. So. Dann können wir hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. Dann wächst das hoffentlich auch. Ja, hier muss es halt mal rübergehen. Und dann kriegen wir die Sache auch hin. Die ist groß. Auch draußen. Die wollte gerade raus. Aber meine Birken sind gewachsen. Zum Glück. Können wir hier gleich noch ein bisschen ernten. So. Hier ist alles schön grün. Dann machen wir hier... Kommt alles noch grün hin. Keine Angst, Leute. Keine Angst. Echt jetzt? Tschüss. Du überlebst das? Ja. Hast du wohl gedacht? Der Rache... Oh, nö. Leute. Nee. Ich hab nicht... Keinen Bock, die ganze Zeit irgendwelche Tiere zu töten. Und weil ihr es nicht auf die Reihe bekommt. Hier anständig zu leben irgendwie. Also... Ist ja schrecklich. Die Kürbel sind immer mit. So, und dann... Ist alles viel Arbeit hier. Von einem Punkt zum anderen. Man kommt eigentlich nie zu irgendwas, ne? Kennt man ja. Nur 14. So... Ja, damit... Du brauchst mal die Wolle. Und dann... Wenn ich genug Wolle habe... Kann ich mein Birkenholz machen. Er kann mit dem Birkenholz dann die zweite Etage machen. Generell könnte ich aus Birkenholz eigentlich viel mehr bauen. Das ist das helle Holz. Das ist das schöne Holz. So. Wunderbar. Alles schön gewachsen hier in Reihe und Glied. Sehr, sehr schön. So, das macht doch Spaß. Zu fällen hier. Zack. Sonst wächst es auch nicht zu hoch. Und nicht in irgendwelche Richtung, die es nicht sollte. Tree Assist wäre natürlich alles nochmal viel geiler. Aber... Kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles... Oh, ups. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich den Sapling abgehauen. Jo, jo. Passiert halt. Ja, komm eh. Komm eh noch ein paar runter. Und ich meine, kann ich ja gleich wieder pflanzen. So. Mhm. Oh shit, nee, ne. Komm, das ist der letzte. Scheiße. Echt jetzt? Ah, Mann, so ein Trick. Weißt du was? Ja. Machen wir ein Workbench. Yay, Grafting. So, machen wir das hier hin. Habe ich noch zwei Sticks? Nee, jetzt im Glück habe ich Eisen dabei. So. Was mache ich falsch? Achso. Dankeschön. Ah, ist jetzt schon wieder dunkel. Das wird einfach die ganze Zeit dunkel in diesem Schallspiel. So, alles abbauen. So, jetzt haben wir es geschafft. Da hinten ist schon wieder ein Baum gewachsen. Nett von dir. Ah. Weg damit. Die wachsen nicht irgendwie, ne. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Oh, nee, Leute. Also, so langsam kotzt es mich echt an mit den Scheißtieren. Wie kommen die denn da raus? Was mache ich falsch? Irgendwie müssen die doch da raus kommen. Kann doch einfach nicht sein. Wie kommt ihr da raus? Es ist nicht möglich. Es ist alles zu. Ja, scheiß Viecher. Steht einfach nur die ganze Zeit am Rand und wartet, bis ihr euch rausgepackt habt. So, das heißt, ich muss füttern. Das heißt, ich muss füttern, sonst kriege ich irgendwann keine mehr. So, die Kleinen sind erwachsen. Das ist schon mal gut. So, dann wird jetzt ordentlich wieder gepoppt. Für alle. So, du auch. Natürlich. So, ich will ja genug von euch haben. So, ich weiß, es gibt viele Tiere hier in meiner Welt, aber, geh mal weg. So, ich muss durch. Oh! Shit, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Was ist das? Warum steht hier ein Schaf in meinem Feld? Na ja, komm, scheiß doch drauf. Shit. Ich habe es zum Glück nicht kaputt gemacht. Das wäre es jetzt noch gewesen. Komm, wir gehen halt mal wieder ernten. Aber ich brauche Applings. Ähm, ja. Alles, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss mit dir und ciao.